Sie verpassen ein wunderschönes Ereignis. Guten Abend, herzlich willkommen bei Wetten, dass Mr. Paul McCartney ist. Vielen Dank. 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 Danke schön. Es spricht sogar Deutsch. Ja, sag mal gut. Ja, sag mal gut. Kommst du mit mir? Ja. Ja, okay. Ja, okay. Guck mal einmal mit der Kamera dahin. Guck euch das mal an. Ja. Hallo da. Ist das schön? Okay. 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 Hallo, wie geht's dir? Katarina Valente. Guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott. Nimm Platz. Das ist so toll, dass du ein bisschen Deutsch sprichst. Meine erste Frage wäre gewesen, kannst du etwas Deutsch aus der alten Zeit vom Starclub in Hamburg? Ja, nur ein klein bisschen von Hamburg, ja. Und schlechter wurden, ja, schlechter wurden, nicht so gut, aber... Aber es ist sehr gut. Ja. Das ist für mich sehr hilfreich, denn ich kann ganz wenig Englisch. Ich habe ein bisschen gelernt in der Schule. Ja. Ja, als klein, ganz klein Junge. Ja, als du artig in der Schule warst. Dein neuster Titel, den wir jetzt gehört haben, also über die Beatles zu reden, über Wings zu reden, da sind alle Fragen, glaube ich, gestellt. Das ist schön, dass du da bist. Ich kann gar nicht so richtig, kann mich nicht so richtig formulieren, weil ich so aufgeregt bin. Aber ich versuch's jetzt mal. Okay. Hope of Deliverance. Hoffnung auf Erlösung. Ja. Wovon möchtest du erlöst werden, Paul? Es geht darum, dass man erlöst wird von der Dunkelheit, die einem umgibt. Dunkelheit. Die Dunkelheit, wie gesagt. Davon wollen wir erlöst werden. Diese müssen wir überwinden. Sweatin. Schwitzen. Ja. Darf ich mal eben? Ja, ja, bitte. Okay. It's alright. Yeah. Oh, good, thank you. Thank you. Excuse me. Right. Diese eine Seite noch. It's good. Yeah. Very good. It's very good. Alright. It's ganz heiß. Ich nehm das als Erinnerung mit. Yeah, okay. Ich esse's. Entschuldigung. Jo, ja, ja. So. I'm listening to a little man in my ear. Ja. Hör da dem kleinen Mann zu. Ja. Der hört einem kleiner Mann zu, ja. Ja, ich habe einmal in my ear, ja. Ja, schön. Sehr gut. Sag mal, du lebst sehr, sehr gesund. Nach all den wilden Zeiten, die du durchlebt hast, lebst du sehr gesund. Und ihr lebt auf dem Land. Ja. Ist das korrekt? Mit deiner Frau Linda. Und esst streng vegetarisch. Ja. Ja. Für 20 Jahre. Seit 20 Jahren. Überhaupt kein Fleisch? Überhaupt, ja. Gar nichts? Nein. Nicht mal heimlich? Nothing with a face. Nichts mit einem Gesicht sozusagen. Kein Tier. Ja. Das ist deine Aufpassung. Ich habe gehört, dass selbst dein Hund vegetarisch ist. Fällt ihm das schwer? Ja, das stimmt. Tatsächlich. Der Hund ist auch Vegetarier. Ja. Und was ist der? Er ist ein sehr gesunder Hund. Er ist nur vegetarisch, wie gesagt. Er hat gerade sechs kleine Hunde bekommen. Ja. Neue Idee. Was ganz Neues. Ich hatte gedacht, dass du vielleicht dann doch mal, wenn Linda aus dem Haus ist, ganz heimlich mal ein Hamburger essen gehst oder sowas. Ja. Das denken die Menschen oft von uns. Sie glauben, dass sie die Vegetarierin ist und ich esse insgeheim Fleisch. Aber das stimmt nicht. Wir essen seit 20 Jahren nur vegetarisch. Begonnen hat das, als wir damals Lamm gegessen haben. Wir gucken aus dem Fenster und wir sahen selbst Lämmer da draußen. Und wir haben gesagt, wir geben es auf. Wir machen es nicht mehr. Ja. Diese eine Frage, die ich zum Thema Beatles stellen möchte. Es gibt ein Gerücht, in Amerika soll es eine TV-Serie geben, in der die Beatles wieder auftreten sollen. Ja. Julian wird seinen Vater dort vertreten, so sagt man zumindest. Ist das wahr oder wie viel ist daran wahr? Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Die ganze Geschichte ist deswegen aufgekommen, weil wir wahrscheinlich ein bisschen Hintergrundmusik spielen werden für eine Dokumentarsendung, die es in England geben wird, über die Beatles im Fernsehen. Wir werden also wahrscheinlich hier ein bisschen Musik spielen zusammen. Wir gehen aber nicht auf Tournee, gar nichts. Aber wir spielen vielleicht wieder zusammen mal für diese Sendung. Und das Ganze ist ein bisschen aufgebauscht worden. Es ist keine echte Reunion. Nur ganz klein. Es ist ein bisschen wahr, wie an allen Gerüchten, und alle Fans können etwas hoffen vielleicht. Ja. Ein kleines bisschen hoffen. Ja, richtig. Aber wir wollen die Beatles nicht irgendwie wieder ins Leben rufen. Das kann man gar nicht mehr wiederholen. Aber ein bisschen Musik zusammenspielen wäre schön. Eure Titel sind in alle Welt gegangen. Ich glaube, Hey Jude ist 1500 Mal gecovert worden. Wie erklärst du dir das, dass, wenn man heute Hits hört, dass die meisten von Leuten sind eurer Generation? Ich kann es eigentlich gar nicht erklären. Ich bin nur glücklich, dass unsere Musik noch so erfolgreich ist, dass unsere Musik noch überlebt, auch heutzutage noch beliebt ist. Die Leute von meiner Generation waren vielleicht etwas Versiertes. Sie haben mehr Praxis dabei. Sie haben mehr Erfahrung, wenn es um die Musik geht. Aber das, was die Jungen machen, das gefällt mir auch. Ja, 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 klar. Aber es hat natürlich mit dem Ursprung, die Melodien sind eigentlich wahrscheinlich nicht so einfach zu erfinden. Das denken wir vielleicht heute, ja. Aber in 20 Jahren denken wir vielleicht anders, wer weiß. Ich glaube, dass es recht gute Songwriter gibt, recht gute Komponisten. Sie sind vielleicht genauso gut wie wir. Ja, du bist gerade dabei, dich darum zu kümmern. Du bist gerade dabei, ein internationales, ich nenne das mal Pop-Institut zu gründen. Kannst du das bitte mal erklären? Ja. Ja, gerne. Meine alte Schule, wo ich früher mal war in Liverpool, da war ich vor einiger Zeit wieder. Ich habe also da einen Besuch abgestattet. Das ganze Gebäude ist jetzt nur noch Ruinen, sozusagen, und ich war ganz traurig. Ich habe deswegen die Idee gehabt, dass man hier eine neue Akademie, eine neue Schule draus macht, eben für junge Künstler. Junge Menschen aus dieser Gegend und auch von anderswo her sollen die Möglichkeit haben, hier was zu lernen, als Künstler, als Popartisten eben große werden. 1995 wollen wir die Schule aufmachen. Du musst herkommen. Gerne. Du musst hinkommen. Sehr gerne. Als Student. Habt ihr das gehört? Vielen Dank. Wird das in Deutschland sein? Gibt es eine Defendant in Deutschland? Nein, die Deutschen werden zu uns rüberkommen, nach Liverpool. Katharin wollte sowas ähnliches machen, also wir drücken weiterhin die Daumen. Jetzt kommen wir zur Wette, Paul. Würdest... Yes, Sir. Jawohl. Würden Sie bitte mit mir mitkommen. Ja. Okay, Mann. Gut, wir gehen jetzt hier rüber an einen Geldschrank. Hast du einen Geldschrank zu Hause? Nein. Nein? Nein. Was machst du mit deinem Geld? Hast du dabei? Eine Tasche. Ich hab's in der Tasche. Kannst du das bitte halten? Ja, ja. Das ist ein richtig großer Panzerschrank. Ja. Sowas hast du schon mal gesehen. So ein riesen Ding. Ja, ja. Jetzt möchte ich dir bitte die Wette erklären. Sei es bitte so lieb. Genau. Die Wette erklären. Es geht darum, dass drei pfiffige Jungs dieses Ding öffnen wollen. In sechs Minuten. Das ist nicht schwer. Ja. Jetzt wird's aber schwer. Die wollen das mit einem Gabelstapler tun. Ohne Zuhilfenahme der Hände oder irgendwas mit einem Gabelstapler. Kannst du mir etwas assistieren? Wir machen den erstmal auf. Ja, ja. Wir zeigen mal, wie kompliziert das ist. Das ist also alles Millimeterarbeit. Man muss jetzt also nach links drehen. Einmal 50. Das werde ich jetzt machen. Hoffentlich zitter ich nicht. Hörschritte. Aha. Dreimal 40 nach links. Weil wir doch jetzt Gangster sind. Und zweimal 30 nach links. Einmal 30. Hm. Pass auf. Und? Muss ganz genau stimmen. Ja. Und nochmal 30. Diese, all diese Schritte werden die dann nachher, diese drei mit dem Gabelstapler tun. Jetzt, hoffentlich klappt das. Jetzt öffne ich. Och Gott sei Dank. Dann kann man das rausziehen. Würdest du das mal tun, bitte? Ja. Einfach rausziehen. Okay. Yes. Dann liegt hier ganz zufällig der Schlüssel. Und den stecke ich jetzt hier oben rein. Das ist nämlich auch nochmal kompliziert, den Schlüssel da rein zu tun. Das ist noch lange nicht offen. Dann steckt man den rein. So. Öffnet. Und damit ist dieser Tresor geöffnet. So. Wunderbar. Haben wir schön gemacht. Wir sollten öfter mal ein Tresor knacken. Ja. Hat viel Spaß gemacht. So. Ich mach das alles wieder richtig zu. Nehm den Schlüssel raus. So. Mach hier so Dings, Dings, Dings. Paul. Was meinst du? Kannst du dir vorstellen, dass das drei junge Männer schaffen, nur mit Hilfe eines Gabelstaplers? Weißt du, was ein Gabelstapler ist? Ja, ja. Ja? Kennst du. Macht keine schöne Musik, aber... Nein, nein. Aber ich glaube an diese Jungs, die schaffen es. Du meinst, die schaffen das? Die schaffen es. Okay. Für den Fall... Das ist toll. Für den Fall, dass die das nicht schaffen. Was würdest du anbieten, als... Was wäre dein Wetteinsatz? Dann dreht sich in Frankfurt auf, am 22. Februar, in der Festhalle in Frankfurt. Okay. Und... Wir hoffen das. Wir laden 50 junge Asylanten ein. Okay, 50 Kinder. Umsonst. 50 junge Asylanten. Das ist ja Nobel. Können wir vielleicht uns bitte noch etwas für den Saal einfallen lassen? Geht das? Dass man vielleicht noch eine Möglichkeit findet, dass jemand aus dem Saal auch daran teilnehmen kann? Wie habe ich das gemacht? Okay. Paul, in Ruhe... Was meinst du? Ich denke in Ruhe darüber nach. Das können wir nachher machen. Bitte nimm wieder Platz. Ich bring dich ein Stückchen. Okay. Findest du den Weg? Alles klar. Bis gleich. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen meine drei Wettkandidaten vorstellen. René Draber, Thorsten Jellen und Hans-Dieter Windeln. Wie heißt dieses Ding in der Amtssprache? Flurförderungs... Flurförderfahrzeug. Genau, so ist das. Flurförderungsfahrzeug. Und damit, dass du das fahren darfst, hast du einen Flurförderungsfahrzeugführerschein. Richtig, so heißt das. Ohne Frage. Mach du mal, Flurförderungsfahrzeugführerschein. 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 Paul, kannst du bitte mal Flurförderungsfahrzeugführerschein sagen? Nein. Kann er nicht. Nein. Also irgendwas kann er doch nicht, ich hab's gewusst. Also, Thorsten wird alles einwinken und René fährt das Fahrzeug. Ihr setzt euch schon mal rein und ich werde das zusammen mit Dieter hier erklären. Geschlossen. Diese Dinger sind auch zu. So. Jetzt kann's so fast losgehen. René setzt jetzt ein paar Schützer auf die Ohren. Da ist nicht Musik von Paul drin, sondern ihr hört gar nichts, dass er nicht abgelenkt wird. Also nur Ohrschützer. So. Seid ihr soweit? Alles gut? Dann bitte anlassen. Sechs Minuten Zeit. Es ist wirklich unheimlich kompliziert. Zeit wird knapp. Ich würde Sie bitten, dass Sie im Saal etwas leise sind. Ich würde auch Sie bitten zu Hause, dass Sie leise sind. Das kann man auch hören. Jetzt wird's spannend. Ich sage wie immer an der Stelle. Top! Alles klar? Top! Die Wette gilt! 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 Das war's. Das war brillant, was ich gesagt habe. Was machen wir jetzt mit den Karten und dem Konzert? Ich glaube, ich gehe trotzdem nach Frankfurt. Das finde ich sehr gut. Wie machen wir das mit den Karten? Wir werfen Bälle in den Saal. Wir werfen Bälle in den Saal. Moment. Komm du an. Ja. So. Hey, hepp. Huh. Hoppala. Auf diesen Bällen sind Stempel. Darf ich auch reinwerfen? Nein. Okay. Guck mal, die gehen ganz woanders hin. Hey, hoppala. Du hast noch einen? Okay, I got you. Huh. Jetzt mal hier vorne. Oh, guck mal da. Das war ganz cool. So. Noch mal eine. Eine. Der letzte. Super. Huh. So, vielen Dank. Dankeschön. Thank you for coming. Okay, good, good. Thank you for being here. Ich danke sehr. Good fun. Ja, good fun. Es war schön, dich kennenzulernen. Ja. Du bist ein sehr netter Mensch. Oh, danke schön. Auf Wiedersehen. Paul muss jetzt leider zu seinem Flugzeug. Auf Wiedersehen. Ja. Bis bald. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Paul McCartney. Goodbye. See you, huh? See you, Mike. Thank you, Mr. Papa. See you. See you. See you. Hey, Matt. Tschüss. 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 Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bälle können dann nach der Show getauscht werden in die Karten. Wir kommen zu unserer nächsten...